Du weißt doch, mit mir kannst du immer reden, ne? Linus hat heute Geburtstag und er schmeißt eine Party. Aber Mama will unbedingt was mit mir machen. Aber weiß sie nicht, dass du auf diese Party willst? Er hat mich ja vorhin erst eingeladen. Okay, aber da musst du natürlich hin. Das ist dein Freund. Ist ja das? Keine Ahnung. Ich meine, wir haben uns geküsst. Aber? Julia ist auch da. Und die ist total verknallt in ihn. Oh, okay, aber solange Linus nichts von Julia will, ist doch, glaube ich, alles in Ordnung. Aber die schmeißt sich hundertprozentig an ihn rein, wenn ich nicht da bin. Aber wieso sagst du Britta das nicht einfach? Vielleicht könnt ihr auch morgen was zusammen machen. Das ist ja schon ewig geplant. Und sie ist eh so gestresst wegen Hendrik und der Arbeit.